Herzlich willkommen beim Business Talk am Kodam. Unser Gast heute ist Sonja Piontek. Sie ist Kino-Speakerin, Executive Coach und Autorin. Mit ihr sprechen wir über ihr neues Buch mit dem Titel Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Sonja, herzlich willkommen beim Business Talk am Kodam. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute hier bist. Hattest du eine gute Anreise? Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich bin heute früh aus München hergeflogen, hier nach Berlin und bin echt happy, hier sein zu dürfen. Schön. Und wir freuen uns sehr, ein bisschen mehr über dich und dein Leben kennenzulernen. Deswegen fangen wir vielleicht mal so ein bisschen beim Anfang deiner Karriere an. Du hast in sechs Ländern gelebt. Alleine da bin ich schon ein bisschen neidisch. Und nach deinem Studium hast du eine wirklich steile Konzernkarriere hingelegt. Sag mal, wie verlief das denn damals zu deinem Aufstieg in einer doch eher männerdomierten Domäne, und zwar bei BMW? Ja, es fing erstmal damit eigentlich sehr ungewöhnlich an, dass ich, obwohl ich aus München komme und auch relativ nah bei der Konzernzentrale geboren bin, meine Karriere bei BMW in Neuseeland gestartet habe. Wow. Ich bin, ja, nach dem Vordiplom für ein Praktikum zu BMW nach Neuseeland gegangen und habe dann zwei Monate nach meinem Anfang dort, wurde ich in den Boardroom zitiert und das gesamte Management-Team saß da und ich war echt, ich war verunsichert. Also es war echt ein schwieriger Moment. Und dann meinte der Chef nur, do you have any idea why you're here? Und mir sind wirklich, mir sind die Knie echt gegangen. Und was dann rauskam, er hat mir angeboten, ob ich bleiben möchte, eine Festeinstellung. Ich meine, ich bin für ein Praktikum gekommen und habe dann im Endeffekt zwei Jahre lang das CRM und Event Management geleitet dort. Und so war mein Einstieg in diese Konzernwelt wirklich am anderen Ende der Welt. Bin dann letzten Endes zurück nach Deutschland gegangen, weil es mir schon wichtig war, auch mein Studium zu beenden und habe aber schon in der Studienzeit auch, war ich in einem Studentenförderprogramm von BMW und habe dann meinen ersten Job in Deutschland bei BMW angefangen. Da hatte ich noch nicht mal meine finalen Prüfungen geschrieben. Die wollten mich haben, das Jobangebot war da und es war einfach ein, okay, da brauche ich Sonderurlaub für die entsprechenden Prüfungen. Und habe dann angefangen, mich dort wirklich Schritt für Schritt hochzuarbeiten. War nicht immer nur einfach. Und wenn man in einem so tollen Konzern ist, ist man trotzdem nicht gefeit vor den klassischen Themen wie Mittelmäßigkeit, Vetternwirtschaft und als Frau auch gefühlt immer doppelt so hart arbeiten zu müssen, um wahrgenommen zu werden. Das waren wunderschöne Jahre, aber es waren auch schwierige Zeiten dabei. Es waren auch Momente dabei, wo ich mir echt gedacht habe, zäh. Aber es ist im Endeffekt, haben sich immer wieder Türen geöffnet. Ich bin dann viele Jahre auch mit meinem damaligen Partner für BMW nach China gegangen. Auch das eine fantastische Erfahrung. China, ein wirklich ein so buntes, so vielschichtiges Land, war eine ganz tolle Zeit. Und ein paar Jahre später wurde mir dann angeboten, als Marketingdirektorin für BMW Asien nach Singapur zu gehen. Und das war wirklich so der Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich es geschafft in dieser Konzernwelt, weil es war so, es war wirklich mein Traumjob in meiner absoluten Traumregion. Und das war wirklich, ich hatte so das Gefühl, jetzt werde ich richtig anerkannt für das, was ich auch zu geben habe. Und hatte dort fantastische Jahre in Singapur, habe sehr viel kreieren dürfen, also wirklich auch sehr viele neue Konzepte entwickeln dürfen, umsetzen dürfen. Auch da nicht immer einfach. Also ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo wir im Boardroom eben als Management-Team zusammensaßen. und ich war die einzige Frau, ich war die Jüngste und ich kam immer mit den ausgefallensten Ideen. Und da waren oft schon viele Momente so dabei von, so haben wir das aber noch nie gemacht, wo ich sage, ja, Zeit wird es, lass es uns jetzt probieren. Aber die Konkurrenz macht es auch nicht so, wo ich sage, ja, dann sind wir jetzt die Ersten. Und haben da wirklich ganz viele tolle, zum Schluss auch wirklich International Best Practices umgesetzt. Aber es war oft wirklich ein sehr zähes Dahinkommen und die Leute mitnehmen und überzeugen. Und das war auch im Endeffekt einer der Gründe, weshalb ich dann letzten Endes gesagt habe, ich verabschiede mich aus dieser wirklich fantastischen Konzernkarriere in diesem, das BMW fahrt für mich nicht nur ein Konzern, das war meine Familie. Und ich bin ganz bewusst gegangen, es war eine schwere Entscheidung, aber ich hatte das Gefühl, nicht, dass es zu viel ist, sondern dass es mir zu wenig war. Und dass ich meine Flügel wirklich ganz anders noch ausbreiten wollte. Darüber wollen wir uns auf jeden Fall unterhalten. Aber ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Chapeau, was für eine wahnsinnige Traumkarriere. Aber wie du es gerade gesagt hast, es ist dir auch nicht zugeflogen. Du hast hart dafür gearbeitet. Du hast bei einem der beliebtesten Arbeitgeber gearbeitet und konntest so viele tolle Erfahrungen sammeln. Oh ja, und tolle Menschen kennenlernen. Und tolle Menschen weltweit und Kulturen. Trotzdem hast du gerade gesagt, hast du irgendwann entschieden, ich brauche einen Neustart, ich will was anderes machen, ich will mich auf andere Bereiche konzentrieren. Und du hast dich 2018 selbstständig gemacht. Wie kam es damals zu dieser Entscheidung, nicht den Arbeitgeber zu wechseln, sondern ganz bewusst zu sagen, nee, ich will jetzt mein eigenes Ding machen? Ich glaube, was da eine ganz große Rolle gespielt hat, war mein Umfeld. Ich war damals in Singapur, hatte sehr viele Freunde im gesamten asiatischen Bereich, viele Geschäftspartner auch. Und als die Idee immer reifer wurde, eventuell BMW zu verlassen, meine gesamten deutschen Freunde, meine Kollegen, alle haben gesagt, du kannst doch von BMW nicht gehen. Du kannst doch aus so einer Position nicht kündigen. Meine asiatischen Freunde haben alle gesagt, klasse, was machst du? Und das Schöne ist ja, wenn wir uns mit den richtigen Menschen umgeben, die eine Idee auch befeuern und daran glauben und an dich glauben, da ist ja ganz anderes möglich. Und es war wirklich auch mit meinem Umfeld in Asien, was es mir ermöglicht hat, den Mut zu haben, wirklich zu gehen. Und es war viel vor, zurück. Es ist die richtige Entscheidung. Es war jetzt nicht einfach nur, oh, ich gehe jetzt alles toll. Da waren auch echt schlaflose Nächte dabei, da waren Tränen dabei. Und ich hatte, als ich gegangen bin, ich hatte, zum einen habe ich keine Abfindung gekriegt, weil BMW kein Interesse daran hatte, dass ich gehe. Und zum anderen hatte ich keinen konkreten Plan. Was ich aber hatte, war ein unglaubliches Vertrauen auf mich und meine Stärken. Ich bin ein sehr reflektierter Mensch. Ich kenne mich sehr gut. Und ich wusste, ich kriege das hin. Und ich vertraue mir. Und ich gehe diesen Schritt raus aus der Komfortzone. Weil hinter der Komfortzone ist ein Universum an Möglichkeiten. Aber du kommst da halt nur hin, wenn du diesen Schritt gehst. Jetzt hast du eigentlich schon einen Vorteil gegenüber anderen Menschen, die wollen sich gerne gründen, wissen aber nicht, in welchem Bereich, und sind so ein bisschen unsicher. Du warst ja relativ sicher, selbstbewusst und konntest auf eine gute Karriere zurückschauen. Bist du denn genauso erfolgreich in ein neues Business gestartet? War das von Anfang an, bam, hier bin ich und jetzt geht es raketenstartmäßig nach oben. Und es war wirklich so, dass mir mein deutsches Umfeld alle eigentlich gesagt haben, oh, die ersten drei Jahre in der Selbstständigkeit, die werden bitter. Da wirst du nur Aufbauarbeit leisten müssen. Ich habe, mein Erstinvest war, die Firma anzumelden, weil ich eine legale Basis haben wollte. Ich habe mir Visitenkarten gedruckt und ich habe mir eine Webseite gebaut. Und innerhalb von zwei Monaten hatte ich den ersten Großkunden, Leica Camera, also eine der Weltmarken schlechthin. Der nächste große Kunde war Land Rover. Also es war wirklich dieses erste Jahr, es ging einfach so fantastisch, hat sich das entwickelt. Aber einfach auch, weil ich die Dinge gemacht habe, die ich wirklich gut kann, wo ich viel Leidenschaft für verspüre, wo ich mit viel Freude dran gegangen bin und weil ich mir natürlich über die Jahre auch einen Namen aufgebaut hatte. Und parallel dazu hat sich noch eine ganz andere Tür geöffnet, an die ich überhaupt nicht gedacht hatte. Also sie war überhaupt nicht in meinem Relevant Set. Nämlich wurde ich angefragt, ob ich als Rednerin auf eine Veranstaltung kommen kann. Das war für mich so, ich habe dann nur gesagt, ich habe dann zurückgerufen, habe nur gesagt, alles schön und gut, aber ich bin nicht mehr die Marketingdirektorin von BMW Asien. Hat sich erledigt. Da meinte sie, nee, wir wollen dich. Und in dem Moment dachte ich mir, ja gut, dann gehst, schaust halt mal. Also es war wirklich so, da öffnete sich so eine kleine Tür und ich habe mir gedacht, setzte mal ganz vorsichtig den Fuß rein und guckste mal. Und das ist ja im Leben so, Türen öffnen sich und wir haben ja die, wir haben die Chance, mal reinzuschnuppern und wenn es uns nicht gefällt, können wir auch wieder rausgehen. Und es hat mir aber gefallen. Es war, es hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Das Feedback war fantastisch und ich habe gemerkt, hey, das macht richtig Freude und habe da dann erst begriffen, auch das kann ja ein Weg sein, wo man durchaus erfolgreich was machen kann. Habe dann eine Redner-Webseite mir aufgebaut, auch das noch nie gemacht. Habe halt einfach gestartet und habe es gemacht und größte Herausforderung war da, sie war erst mal nicht perfekt. Und ich kam ja aus dieser, dieser perfektionistischen Top-Konzernwelt und dann zu sagen, ich baue mir jetzt eine Webseite selber, die technisch nicht meinem Anspruch entspricht und ich schalte sie trotzdem live. Mit dem Resultat, dass meine erste bezahlte Keynote war für Google auf einer internationalen Konferenz. Und so ging es weiter. Und das zeigt aber auch, wenn du wirklich weißt, was du kannst, wofür du wirklich brennst und dich traust, das zu tun, dann wird es einfach gut. Dann kann es gar nicht anders als gut werden. Deine positive Art steckt total an. Also du bist mit einem riesen Big Bang gestartet. Weil du so erfolgreich warst, ist natürlich auch die Presse auf dich aufmerksam geworden, hat über dich berichtet. Du hast einige renommierte Auszeichnungen auch gewonnen und dann kam für uns alle, glaube ich, der größte Cut in unser aller Leben, Corona. Wie hast du gerade auf diesem Peak von Erfolg, von Glück, von Erfüllung, wie hast du diese Zeit erlebt? Mich hat es wirklich, mich hat diese Bugwelle getroffen, noch bevor Corona losging. Ich war in der Zeit sehr glücklich verliebt, war schwanger und habe Anfang des Jahres 2020 mein ungeborenes Kind verloren. Ich wurde dann kurz darauf von dem Mann, von dem ich damals geglaubt hatte, er sei die Liebe meines Lebens, verlassen. Und dann kam Corona und hat mir meine gesamte erfolgreiche Selbstständigkeit, meine Agentur, alles auf null zusammengebrochen. Und das war eine Multitraumatisierung par excellence. Da ist wirklich meine Welt zusammengebrochen. Wie geht man damit um? Das sind ja wirklich, wie du sagst, nicht nur Schicksalsschläge, denn du kamst ja von einem absoluten, positiv, extrem und bist ja in ein anderes Extrem reingefallen. Wie gesagt, du hattest auch ein Trauma. Wie hast du es geschafft, trotzdem auch heute hier zu sitzen, zu strahlen und weiterzugehen? Wie funktioniert das? Also ich bin erst mal in ein ganz großes Tief gefallen. Ich kam mir wirklich vor wie so ein Aschehäufchen. Ich war in einem ganz tiefen Tal der Tränen und habe erst mal nur geweint. Ich habe in meinem Leben noch nie solchen Schmerz empfunden und ich habe auch noch nie so viel geweint. Und das ist auch gut und es ist auch wichtig, dass man erst mal diesen Schmerz auch zulässt. Und irgendwann kommt aber der Moment, wo man für sich selber beschließen muss, ich identifiziere mich nicht mit dem Schmerz weiter und ich werde nicht das Problem. Ja, es hat wehgetan und es hat verdammt wehgetan, aber es lag an mir und das habe ich irgendwann gespürt, ich wollte wieder leben. Ich wollte lachen, glücklich sein, fröhlich sein, meinen Erfolg wieder, meine Freude wieder haben. Aber ich habe wirklich auch gewusst, ich muss diesen Schritt gehen und ich muss, also mit diesem Beschluss, ich möchte wieder zurück ins Leben, war der erste Schritt, der erste ganz große Schritt in diesem Heilungsprozess getan. Und dann habe ich mir überlegt, ganz bewusst, was waren so die Faktoren, die Werkzeuge, wie ist es mir davor gelungen, dass ich mir so ein glückliches, erfolgreiches Leben aufgebaut hatte, was war das? Eben so Themen wie sehr reflektiert zu sein, zu wissen, was mir gut tut, wer mir gut tut, welche Menschen mir gut tun, was für Aktivitäten mir gut tun, was für Stärken ich habe. Zum einen das und dann aber auch, was sind die Punkte, die ich vielleicht noch lernen muss. Und da waren zwei Hauptthemen, die ich in dieser Zeit lernen durfte und ich sehe das heute als Riesengeschenk. Zum einen habe ich gelernt, dass Verletzlichkeit was Wundervolles ist und dass sie sehr, sehr wichtig ist. Es ist okay, nicht okay zu sein. Und das war was, was in meinem Leben davor noch nicht so stattgefunden hatte. Und das habe ich in dieser Phase wirklich gelernt. Und ich habe aber auch gelernt, dass es, auch wenn es okay ist, mal sich nicht okay zu fühlen, dass die Selbstverantwortung einen dann an den Punkt bringt, wo man da auch wieder raus muss. Und das Zweite, was ich gelernt habe, dass es im Leben Phasen gibt und Momente, wo es wichtig ist, um Hilfe zu bitten. Und das kannte ich nicht. Ich war immer auf der Überholspur, ich war immer lösungsorientiert, ich habe immer allen von Herzen geholfen. Aber es ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass es okay ist, dass auch ich mal um Hilfe bitte. Wo man sich denkt, sehr reflektiert, jetzt nicht ganz doof. Und ich habe es nicht verstanden, dass es okay ist, dass ich um Hilfe bitte. Und das habe ich sehr langsam, mit sehr holprigen ersten Schritten dann gelernt. Wie lange hast du denn gebraucht, um aus dieser dunklen Phase herauszukommen und letztendlich dann so einen Lichtblick zu haben, zu sagen, hey, Trauer ist wichtig, gut, habe ich auch gebraucht, aber jetzt bin ich ready, wieder mein Leben in hoffentlich positivere Bahnen zu lenken. Es war natürlich kein Switch von jetzt will ich und jetzt ist alles wieder toll. Nein, es war, es hat ein paar Monate, dieser Prozess hat mehrere Monate gedauert und es war, ich sage es immer, es ist wie so eine Bergwanderung. Wenn du unten am Parkplatz stehst und sagst, zu diesem Gipfel möchte ich hoch, da sind viele einzelne Schritte notwendig und so war es für mich auch. Ich war das Häufchen Asche und meine kleinen Flügelchen mussten, da ist so das Bild des Phönix für mich wirklich ganz prägend geworden in der Phase, die mussten erst mal wieder wachsen und dann waren sie so ganz kleine Flügelchen, die nicht stark waren, die noch nicht so richtig sich bewegen konnten und so ging es Schritt für Schritt eben weiter und irgendwann habe ich mehr Kraft wieder gewonnen. Irgendwann habe ich langsam wieder angefangen, die ersten Flugversuche zu machen. Dann bin ich auch mal wieder gestolpert, dann war mal wieder ein Tag dabei, wo es mir wirklich bescheiden ging. Das ist wichtig, dass man das auch anerkennt. Es ist wie im Leben, du gehst einen Berg hoch und da gibt es Passagen, da stolperst du mal. Da gibt es Passagen, wo es wahnsinnig anstrengend wird. Dann gibt es Passagen, die scheinen ganz einfach so, da ist so der Flow drin und genau so ist es in einem Heilungsprozess. Aber du musst dranbleiben. Du musst ja immer wieder sagen, hey, es ist auch okay, wenn mal ein nicht so guter Tag ist, aber es geht weiter und immer dranbleiben. Du hast eine sehr besondere Reise unternommen und zwar nach Namibia und darüber hast du berichtet und zwar bei dem National Geographic Buch Sonnengeflüster. Und jetzt ist auch gerade ein ganz neues Werk von dir erschienen. Hier ist es vor uns. Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Kannst du so ein bisschen spoilern, worum geht es? Was erwartet mich, wenn ich das Buch schnappe und lese? Also das, ich fange vielleicht ganz anders an. Das Thema Achtsamkeit, das war ein Thema, also dieses Wort, mit dem konnte ich über Jahre, wenn ich Jahrzehnte nichts anfangen. Das war für mich so ein Konzept, das war mir zu soft, zu sphärisch. Das war so ein bisschen dieses Fuß auf den Boden stellen, die kalten Fliesen spüren, dreimal ins Universum ein, umhauchen und schon ist die Welt in Ordnung. Es hat für mich nicht funktioniert. Und in dieser Phase, wo ich eben wirklich mich selber Schritt für Schritt da rausgearbeitet habe und wirklich wie so ein kleiner Phönix wieder meine Flügelchen habe wachsen lassen, habe ich irgendwann für mich beschlossen, ich möchte das, was mir jetzt hier gelungen ist, was ich lernen durfte, möchte ich so gerne teilen mit anderen, weil so viele Menschen eben sich selber nicht gut genug kennen, in Situationen sind, es muss jetzt gar keine Traumatisierung sein, aber wo das Leben einfach zu schwer ist, wo der Alltag oft so müßig ist und viele Menschen gar nicht in der Lage sind, sich ein richtig zufriedenes, glückliches, erfolgreiches, leichtes Leben zu kreieren. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich schreibe darüber ein Buch. Und dann war so die Überlegung, okay, es braucht so ein Schlagwort. Und irgendwann war mir klar, es ist gelebte Achtsamkeit. Und auf einmal hatte ich einen ganz anderen Bezug zu diesem Wort Achtsamkeit, weil ich begriffen habe, das ist so konkret und es ist ein Thema, wenn ich das in mein Leben einbaue und wirklich zum einen den Moment beachte, also wirklich im Hier und Jetzt bin und mir eben auch mal zugestehe, jetzt gerade zwickt es ein bisschen. und wenn ich aber im anderen Sinne das Achtsamkeit, auch das Leben achte, mein Leben also wertschätze, mich wertschätze, dass ich da unglaubliche Möglichkeiten habe. Aber um da hinzukommen, muss ich erst mal wissen, wer bin ich überhaupt? Und das Buch ist jetzt in fünf Teile aufgeteilt. Im ersten Bereich geht es darum, wer bin ich? Einfach mal wirklich, was für Stärken habe ich? Was tut mir gut? Was macht mich glücklich? Was für Werte habe ich? Einfach mal begreifen, hey, wie ticke ich? Dann geht es weiter. Im zweiten Bereich, wo komme ich her? Familiär natürlich, weil das natürlich sehr prägt, aber auch, was hatte ich schon für Highlights in meinem Leben? Was hatte ich für Herausforderungen? Weil das dich ja, so wie du hier sitzt, ist ja eine Ansammlung aus vielen verschiedenen Erlebnissen auch. Also wo kommst du her? Der dritte Part dann, eine ganz klare Bestandsaufnahme, wo stehe ich in meinem Leben? Und zwar ganz ehrlich mal, die Themen Liebe, Partnerschaft, Beruf, Work-Life-Balance, ganz kritisches Thema bei vielen, Gesundheit, Umfeld, mit welchen Menschen umgebe ich mich? Was für einen Einfluss haben die auf mich? Was für ein, habe ich ein Support-System, wenn es mal eng wird, habe ich Menschen, an die ich wirklich mich sofort wenden kann? Also da wirklich eine ganz klare Bestandsaufnahme, wie zufrieden bin ich wirklich gerade? Und dann geht es weiter, wo möchte ich hin? Wie kann ich mir mein Leben vorstellen? Was möchte ich erreichen? Was möchte ich vielleicht auch loslassen? Und der letzte Part dann, wie komme ich da hin? Wobei eigentlich im ganzen Buch schon immer ganz klare Hinweise sind, wie du mit kleinen Schritten ganz viel verändern kannst. Und es geht nicht darum, zu kündigen, Koffer zu packen, auswandern, Partner, nein, es geht um Kleinigkeiten, wie du zum Beispiel aus deiner Wohnung, deinem Haus ein Zuhause machen kannst. Wie du mit Menschen, die dir gut tun, mehr Zeit verbringen kannst und vielleicht mit Menschen, die dich sehr belassen, belasten die vielleicht ein bisschen aus deiner, aus der Intensität rausnimmst. Und es sind oft ja auch nicht nur Menschen, mit denen ich jetzt physisch zusammen bin, sondern auch manchmal einfach gedanklich. Und wir selber sind ja die Herren unserer Gedanken. Da können wir ja so viel beeinflussen. Also ganz viele kleine Schritte für ein einfacheres, schöneres, zufriedeneres, tolleres Leben. Und wenn wir einfach zufrieden und schön mal so zusammenfassen, dann ist ja auch eigentlich das große Ziel im Leben, glücklich zu sein. Und jeder definiert sein Glück in einer anderen Art und Weise. Deswegen beschreibst du auch dein Werk als Rezeptbuch zum Glücklichsein. Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen drauf eingehen? Wie kann ein Werk doch eine große Leserschaft zum glücklichen Leben verhelfen? Ich glaube, das Wort, was das Ausschlaggebende ist, ist im Titel schon drin. Ich. Es geht um den Leser, die Leserin. Es geht nicht um Theorien, die allgemeingültig sind, sondern es geht ganz klar darum, du als Leserin, als Leser, hast mit diesem Rezeptbuch zum Glücklichsein die Möglichkeit, die Unterstützung, dich besser kennenzulernen und für dich den richtigen Weg zu finden. Mit ganz klaren Inspirationen, Denkanstößen, Werkzeugen, Hilfestellungen. Aber es geht im Kern um dich. Weil jeder Mensch was anderes braucht. Jeder Mensch eine andere Situation hat. Jeder Mensch eine andere Herkunft hat. Aber jeder hat es gleichermaßen in der Hand für sich zu sorgen und wirklich sich ein richtig geiles Leben aufzubauen. Das macht neugierig und wer Lust hat, dich und auch das Thema Achtsamkeit näher kennenzulernen, da hast du eine mega, mega coole Möglichkeit, die du anbietest. Wenn ich mir das Land angucke, ich will da schon mal hin, also es triggert mich leider auch sehr, sehr stark. Und zwar bietest du vom 25.9. bis 30.9. eine Coaching-Reise in die Mongolei an. Und es ist nicht irgendwie Mallorca, ich liebe Mallorca oder irgendwo anders, sondern die Mongolei, da fliegst du eben nicht mal so schnell hin und schaust dir das an. Ich kann mir vorstellen, dass man platzt vor neuen Eindrücken und es ist einfach was ganz, ganz Spannendes. Wenn ich mich dazu entschließe und ich denke wirklich darüber nach, was erwartet mich dann? Es ist eine ganz einmalige Kombination aus einer wirklich unvergesslichen Reise in eines der letzten großen Bucketlist-Destinationen. Also die Mongolei ist wirklich, sie ist eins meiner Seelenländer, aber sie ist wirklich eines der faszinierendsten Länder dieser Welt. Und die Kombination eben aus einer Reise tief in dieses Land hinein zu den Nomadenstämmen, in diese Weite, in diese unendliche Weite und das kombiniert mit einer Reise zu dir selbst. Und wir gehen zum Beispiel an einem Tag, gehen wir zu einer Adlerjägerfamilie, also die wirklich mit echten Adlern jagen und da an diesem Tag geht es dann in diesem Coaching, im Coaching darum, was hält dich zurück, was für Fesseln hast du, wie bist du gebunden und was hält dich davon ab, deine Flügel wirklich weit auszubreiten und in höhere Höhen aufzusteigen oder vielleicht sogar wirklich wegzufliegen aus deinem, aus gewissem Leid in deinem Leben. Und wenn man sich das so überlegt, dann eben mit dem Adler, der ja beim Nomaden erstmal eine Fußfessel hat, der aber mit dem, und da aber auch gefüttert wird, also es ist ja auch, gibt ihm ja Sicherheit, er ist im Winter, ist es schön warm und da hat er ja auch viel Gutes, aber er hat die Fußfessel. Wenn Sie jetzt aber auf die Jagd gehen, fliegt der Adler frei. Das heißt, er könnte jederzeit wegfliegen, aber er kommt zurück. Und das eben im übertragenen Sinn, wenn man so ein starkes Bild hat und vor diesem mächtigen Vogel steht, den er auf dem Arm hat und sich dann überlegt, fühle ich mich bei meinem Nomaden, bei meinem Adlerjäger wohl? Ist das das Leben, was ich möchte? Oder möchte ich wirklich freier fliegen? Möchte ich vielleicht sogar wegfliegen, was hält mich zurück und sich dessen mal bewusst zu werden? Also da kommt man ganz anders in die Themen als jetzt bei einem ja in einem im Seminarraum. Richtig, richtig. Und insofern ist die Mongolei für mich einfach ein so perfekter Ort, was diese zwei Aspekte von eben dieser unendlich genialen Reise mit diesem ganz tiefen Coaching verbindet. Und ich kann es nur empfehlen, jeder, der für sich wirklich sagt, ich möchte meine Flügel ausbreiten, ich möchte für mich einen ganz, ganz neuen Schritt in meinem Leben gehen, mitkommen. Es sind nicht mehr viele Plätze frei, also ist wirklich, wir haben es jetzt gerade erst kommuniziert. und es ist wirklich, es hat schon sehr, sehr, sehr gutes Feedback bekommen, weil es ist einfach was Besonderes. Es ist ein einmaliges Format. Wunderbar. Mich triggert es. Sonja, du bist ein ganz besonderer Mensch und es hat so gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen, über dein Leben zu berichten. Ich wünsche dir viele tolle Projekte und vor allem ganz viel Glück. Dankeschön. Danke dir, liebe Claudia und ich freue mich, hier gewesen sein zu dürfen. Vielen Dank.